Radio 7 Telefondrack Ich halte die Fahrgarten und trage meine Sack in den Bus Das geht ja nicht, wir sind ja kein Transportunternehmen Sowieso nicht, ist genug Platz da? Also wir transportieren Personen mit Diamantgepäck und so weiter, aber nicht mit Umzugsmöbeln, das ist nicht möglich Aber was ist der Alper der Busse? Das macht nichts Was soll die aussteigen und ich mache einen Umzug und dann nehmen die anderen den nächsten Bus? Nein, nein, nein Ist ganz einfach, ich bezahle und du musst mich mitnehmen Ja klar, sie schon, aber nicht die Möbel So ist so ein kleines Stuhl da unter die Tische und ein bisschen Karton Dann machst du so Stress da? Ich mache keinen Stress, so kann kein Mensch denken, dass man im Omnibus Möbel transportieren kann Und außerdem ist in den Busse immer die scheiß Musik da? Ja, was für Musik denn? So musst du einschalten, Radio 7, dann ist es gut Jeden Morgen neu um kurz nach halb sieben Der Radio